Wir sind hier bei der Dyson GmbH, ich spreche mit Herrn Geiser. Herr Geiser, was genau ist die Kernkompetenz der Firma Dyson? Ja, die Kernkompetenz ist wirklich Erfindertum. Wir haben Erfinder, James Dyson, Inhaber der Dyson und seine Vision ist eigentlich, Produkte noch besser zu machen, noch weiter zu entwickeln und die DNA von uns ist ganz klar, bessere Technologie, bessere Produkte, die natürlich auch vielleicht schön aussehen, aber es geht um Technologie am Schluss des Tages. Gibt es denn besondere Produkthighlights, die Sie dieses Jahr hier ausstellen? Die Dyson ist von uns sehr, sehr wichtig für Produktehighlights. Eines natürlich im Staubsaugerbereich. Wir haben ein Produkt entwickelt, das auf einem Staubsauger, der auf einem A4-Blatt Platz hat. Technologie, aber klein, im Kleinformat. Der Konsument und die Konsumentin hat den Vorteil, dass er die gleiche Stärke hat in einem Staubsauger, aber mit einem handlichen, kleinen, leichten Produkt. Das zweite, wir haben den Ventilator neu erfunden. Ventilatoren bis heute haben Rotorblätter, die schneiden die Luft und die Luft fließt nie wirklich gleichmäßig. Wir haben ein neues Gerät, einen neuen Ventilator, einen Kreis, der mit ganz neuer Technologie funktioniert und die Luft gleichmäßig nach vorne fördert. Gibt es denn noch weitere Vorteile an dem neuen Ventilator? Schlussendlich sind viele Vorteile davon. Eines davon, ein Ventilator muss geschützt werden, weil er ist unsicher. Er hat Gitterstäbe und das haben wir nicht mehr. Wir haben keine Gitterstäbe, weil das Gerät nicht unsicher ist. Dank den fehlenden Gitterstäben kann er ganz gereinigt werden, ganz einfach gereinigt werden. Ich danke mir, aber der Wichtigste ist, wie gesagt, dass die Luft gleichmäßig fließt. Das hat den Vorteil, auch für das Auge, für den Konsumenten, dass die Luft wirklich gleichmäßig ist, regelmäßig stattfindet und so eigentlich zu einem angenehmen Gefühl führt. Sind diese Produkte denn schon am Markt erhältlich oder wann erscheinen die am Markt? Die sind eigentlich am Markt erhältlich. Der Ventilator wird natürlich die Saison feiern im Mai oder Frühjahr, bei den ersten schönen Sommerstrahlen nächstes Jahr. Die Staubsauger sind natürlich erhältlich. Die sind heute schon oder jetzt nach der IFA im Fachhandel und in Fachmärkten in Deutschland erhältlich.